Hallo Freunde, glücklicherweise noch mehr und mein süßes Hündchen Emily, denn wir wollten ein objektives Bild machen von dem Geschehen, von der Demonstration gegen das Tesla-Werk und die Verseuchung des Brandenburger Trinkwassers. Wir haben dabei festgestellt, dass ich immer wieder negativ erkannt wurde von irgendwelchen linksradikalen Menschen. Ja, aber das alles war gerade bei Menschen, die sich Antifaschisten bezeichnen, unbedenklich, denn nur der Faschismus nutzt Gewalt oder das Gewaltmonopol, um seine politische Überzeugung durchzusetzen. Ich habe zu keiner Zeit irgendwie die allgemein gegen Ausländer gehetzt. Ich bin, und dazu stehe ich, dafür, dass gewalttätige Ausländer, die schlecht geworden sind, diese nicht per se gegen Ausländer. Ich bin kein Antisemit. Ich bin keiner. Ich kritisiere die Corona-Maßnahmen, wo heute der Beweis auch längst erbracht war, dass die ohne Evidenz passiert sind und nur Schrecken, Leid und Schmerz und Elend hinter uns gelassen haben in unserer Gesellschaft. Stichwort Menschen, die alleine sterben mussten nach einem ganzen Leben. Stichwort unsere Kinder. Das alles will ich jetzt hier gar nicht thematisieren. Danke, dass ihr euch so rührend um mich erkundigt habt und um meine Frau und mein kleines Hündchen. Es war heute wirklich eine sehr gefährliche Situation. Ihr habt es ja gehört. Wer es nicht gehört hat, sollte sich das Video nochmal anschauen. Es wurde von der Bühne aus Probabilität noch anzeigen. Das werde ich auch morgen tun, wenn sich der erste Schock ein wenig gelegt hat und ich beim Arzt nochmal gewesen bin. Ja, hallo und guten Morgen. Ich musste wirklich laut lachen und deshalb meinen kurzen Beitrag dazu. Björn Banane war bei der Tesla-Demo dabei. Nach seiner, ich nenne sie mal professionell journalistischen Nachfragerei bei den Demo-Teilnehmern stieß er irgendwann mal auf Gegenwehr. Bevor er begriff, sich wo besser aus dem Staub zu machen, ging man ihn an. Scheinbar auch seine Frau und sein kleiner Köte wurde angegangen. So wer im Himmelswillen nimmt als bekannte rechte Banane seine Frau und vor allem seinen Hund mit auf eine linke Antifa-Demo. Ein typisches Beispiel, nachher wieder in Mimimi zu versinken und sich als Opfer darzustellen. Das können sie alle sehr gut. Und by the way, wo genau ist jetzt die Wunde? Links oder rechts? Man weiß es nicht. Jetzt wieder einen riesen Schrei daraus gemacht. Einfach lächerlich. So, das war's schon. So, bis die Tage. Hab euch lieb und tschüss. Ja, ich bin glücklicherweise nur mit einer kleinen Platzwunde, Schmerzen am Arm und einen saften Wadenkrampf, der Unterarm weh, auf sich warten lässt. Jetzt plötzlich von der Presse, auf einer Pressefreiheit gehindert wird. Dann ARD Text im Auftrag von Funk